so wunderschönen guten tag heute ist donnerstag der 25 august 2022 ganz herzlich willkommen hier zu einem weiteren video auf unserem kanal wir befinden uns hier in der schweiz in thun am see und wir wollen uns einmal gerade den see angucken und dazu in richtung der hohen berge gucken eiger mönch jungfrau und was es da alles gibt ein bisschen sind die berge da hinten in wolken aber ich glaube ein bisschen was wird man erkennen können ja wir sehen ein bisschen fertig aus wir sind gerade angekommen und haben jetzt circa elf stunden autofahrt hinter uns aber wie gesagt wollen wir uns einmal kurz hier an den see ausruhen und wir nehmen euch mal ein kleines stückchen mit das wasser sieht schon sehr sauber aus muss man sagen hier gibt es ein see bad muss man sicherlich eintritt bezahlen aber da wollen wir jetzt nicht rein ich hoffe wir können noch an irgendeiner anderen stelle hier über den see blicken das ist ganz gut besucht die spielen hier füßball wir gucken mal wo wir rauskommen das ist ein bisschen diesig aber ich denke man kann das auf einem größeren bildschirm als im handy ganz gut erkennen hier kann man nochmal das seebad erkennen was hier so los ist hier guck mal dass es geht vom 13. juli bis 27. juli bis jetzt wochenende zu ende hier muss ja abgesteckt sein oh guck mal das ist ein stück oh guck mal das ist ein stück so halten wir erst mal los so halten wir erst mal los guck mal bei euch ja die blöcke ich aber nicht hier kannst du jetzt baden hier kannst du jetzt mal hin ja da hält man noch infrastruktur das ist ja egal ne das ist ja egal da darf nur die groß das ist schon gespart uah das ist aber nicht super echt du mal ein sturm das geht los ja guck mal wie sauber das Wasser ist ja richtig geil du sollst ja das weg auch angehen guck dir das mal an Deswegen will ich an den Bikinstersee noch reinspringen. Von geradezu über dem See haben wir jetzt links am Baum, im Hintergrund, ich würde sagen, den Eiger, in der Mitte den Mönch und rechts mit der Eiskap und dem Firmenfeld, das ist die Jungfrau. Und hinten am Ende des Sees, da muss dann irgendwann ein Interlaken kommen. Kommt dir das Wasser an? Ist das geil, oder? Kommt mir da vorne bestimmt. Guck mal, da ist die Bank, wie ich mir gedacht habe. Und hier ist das Stadion von diesen Festspielen. Musical. Musical von mir aus. Alka, das wird geil. Mit einem Grün an. Oh, hast du auch eingeladen? Ja. Guck dir das mal an. Alter, wenn das nichts ist, dann war sie auch nicht. Ja, oder genau, Stadion, oder was? So, genau so wollte ich das. Siehst du, haben wir doch gefunden. Ist das geil, ey. Ja, ein bisschen, da kannst du hier draufsetzen. Ja, das ist doch ein Blick, oder? Über 4.000 Meter hoch in mir dann rund die Berge. Wir werden gleich mal die Füße reinhalten hier. Ja.